Hallo meine Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Folge von Happy Wheels hier auf meinem Kanal. Ja wir wollen heute mal eine kleine Runde von Battle One Extreme von Piero 1,2,1,3 spielen. Wir haben sortiert nach Rating und das Wig und jetzt kommen wir einfach mal, ob wir so gut sind, okay. Okay, das tut weh. Wie letztes Mal, aber gut, wie könnte ich dafür? Na, Alter, diese Grafik ist das schon extrem finde ich. Und warum geht hier das R nicht? Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Komm, komm, roll rüber. Oh, nö. Weiter geht's. Letztes Mal, dann kriegen wir es hin. Ich wollte mich erst mal bedanken, dass ihr unter mein letztes Video, äh, so viele Tipps, welche... Ja, ich würde schon nicht, äh, 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 Kontakt untergegeben habt. Können wir hier so mal sagen? Wollt ihr nicht auch sagen? Ja. Oh, nein, das wollte ich nicht mal. Ähm, und ihr wollt mich natürlich am meisten bei Sascha Exotik. Ja, das war ja gut, machen wir mal das hier. Äh, das ist bestimmt los, aber gut, wir machen's. Äh, ich wollte mich auswählen. Boah. Bin ich tot? Ja, bin tot. Lebe ich noch? Ja, ich lebe noch. Ja, so ein geiler Typ bin ich. Ach, ach. Das muss... Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, nee, falsches. So. Entschuldigung, Leute, dass ich kurz weg war. Ähm, ich wollte ja was anderes gucken. Äh, accept. Oh, 1,7 Sekunden. Das nimmt man einfach nur mal Glück. Das nimmt man Glück. Ähm, ja, gehen zurück. Und mach natürlich noch das andere von Exotrix. Und mach natürlich noch das andere von Exotrix. Oh, nein. Wer ist der Meister? Er, glaub ich nicht. Oh, nein, nicht noch einmal. Äh, äh, jetzt gehen wir mal zu Demo. Okay. Aber trotzdem. Aua. Und noch einmal. Ich komm einfach nicht über die Trüe. Oh, gut. Ich liebe das Stuhl. Einfaches bisher. Ja, fertig, 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 fertig. What? Aber das Fahrrad dreht noch. Mhm. Das soll mal eine Nacht machen. Noch einmal. Also Schmerz muss er haben Aua Was macht denn das? Gut Super Speed Shit Speck 11 Okay Merkler sehen Okay Wer ist ein Meister? Wenn das die man noch schneller kriegt, dann Ja, das geht, ich weiß, aber Jetzt bin ich mal gespannt Ja, okay, das kapiere ich ganz voll und ganz Warum haben die eine schlechte Bewertung? Jetzt will ich mir das mal angucken Jetzt kapiere ich auch warum schlechte Bewertung Gehen wir mal wieder zurück Ja, okay Ähm Knisswörl Ja, ich lebe, ich lebe, ich lebe noch hier Zwar ein Skrupel, aber ich lebe Und ich lebe immer noch Nimm mir, wer ist der Meister? Ich bin der Meister Neopogo Jump Ja, und da soll man einfach sagen Die Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht Ja, tut es mir leid Weil ich gucke ja Nebenbei auch ein paar Let's Plays Trotzdem noch Und den ich gucke, der spielt das Spiel ja auch Also Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses Spiel schon gespielt habe oder nicht Ja, klar, ich habe das schon gemacht Mal gucken, ob ich diesmal besser bin Eigentlich muss man besser sein Denn wenn man etwas mehr Mais macht Ne, das habe ich nicht schon gemacht Geht die eigentlich nicht Denn ich habe jetzt diese Woche eingestellt Und wir haben ja heute Dienstag Doch, das habe ich schon gemacht Ja, gut Wir bewerten es mal nicht Ja, klar Die Spiel haben wir schon gemacht Aber das noch nicht Oh ne Nein, darauf habe ich überhaupt Oh, nö Ja Ja, ja Musste so fett sein Na, komm Passt das in die durch Oh, das wird schmerzhaft Das wird schmerzhaft Ja Wie kann ich mich daraus befreien Bitteschön Okay Oh ne Gibt es doch nicht Schal Aber jetzt weiß ich jedenfalls die Lösung Für Das hier Jetzt bin ich mal gespannt Ob ich es jetzt hinkriege Ne, ist schon mal Das sind ja ein anderes Level heute Ja, das ist was anderes Oh mein Gott Oh mein Gott Ehrlich Jetzt Ähm Ich würde sagen Far Cry Also Clash of Clans Nichts Oh Nee Schade Mach mal nochmal Noll Playstation Jetzt geht ja 5 Doch, Dota Das hätte ich jetzt nicht gedacht Also Bin ich ehrlich Jetzt hätte ich Nicht daran gedacht Ich kann nicht mehr so springen Oh Das wird gut Oh Das kommt Was Das sehe ich von hier aus Das Spiel habe ich nämlich auch Ich kann nicht mal Und die springen Komm Beim Flick ab Gibt es noch was Oh Nee Was setzte Och Nö Jetzt Kennen wir es mir Aber war schon Geil Okay Das ist Muss ja dann ganz einfach sein Ja Was sieht man Ich gebe einfach Aufläuft Wie zu viel auf Äh Logo Quiz Wie sieht das Zeichen von Au Paira aus Pizzat Genau Nee Ach du Scheiße Ist das peinlich Nein 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 Ah Wer ist der Meister Das stimmt Das stimmt Adidas Das ist das Ich würde mal sagen Opel Was oder Oh Unsichtbar Schade Ich kann ja mal gucken Ähm Wo kommt das Habe ich nicht gesagt Irgendwo W 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 Na gut Gibt es Fast nichts Äh Aber ich weiß Dass es hier drunter welche gibt Oh Falsch Haha So Und hiervon Spielen mal Was Äh Oh ja Das und dann noch Ein Don't Move Ähm Eyes Mouth Nose Nose And Tents V Oh Tent Oh Ja, meiner. Ah, gut gemacht. Sieht doch nice aus. Und wie gesagt, noch ein Don't move. Oh, ein Parcours. Das ist am meisten. Nein, ich will. Ja, Don't move. Und da gibt man auch einen Daumen nach unten. Was kann man daran falsch machen? Das heißt, wir lehnen uns jetzt zurück. Okay, genau da rein. Also, respektvoll, meine Damen und Herren, die sowas erstellen. Denn es ist ja hier wirklich Timing. Also, von meiner Seite aus wird es fünf Punkte geben. Ich bin das richtig geil. PL-Krafton. Vielleicht hörst du ja dieses Let's Play mit und brauchst für mich mal auch ein Don't move. Und weil ich jetzt so angetragen davon bin, haben wir doch nochmal ein Parcours. Ich bin kein Germanist Play. Ich bin ein Man-Automot. Das muss ich nur noch mal sagen. Das ist wirklich so geil. Ähm. Okay. Aua. Und damit verabschieden wir uns von diesem Part. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und ja, dann. Ciao, ciao. Ciao.